Ich hab so einen großen Jara! Was geht ab? Ich bin Smauer von den Prankbos. Heute werde ich meinen Bruder pranken. Der hat sich eben hingelegt für den Mittagsschlaf. Der müsste jetzt langsam schlafen. Und zwar versuche ich, dem die Augenbrauen wegzuschminken. Meine Schwester wird mir dabei helfen. Und zwar kann man das ja mit Schminke so wegschminken. Dann sieht das aus, als wäre das abrasiert. Dann werde ich den wecken und mit diesem Nassrasierer an seinen Augenbrauen stehen. Dann, der wird dann denken, ich hab den die abrasiert. Der wird dann einen richtigen Schock kriegen. Mal gucken, wie der dann gehen wird. Und ja, ich würde sagen, let's go! Mann! So, mein Schwester hat ihn jetzt fertig geschminkt. Man sieht, es ist Obst im Haus. Hey, hey du kleiner Gargo! Aufwachen! Beastie Boy und Mary sind da! Mach dich bereit, mein Freund. Jetzt wird rasiert. Ja, moin! Ey, die sind noch nicht ganz ab. Bitte verarschen! Maren, Maren! Hast du was nicht gemacht? Wow! 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 Maren, du bist krank! Das hast du nicht gemacht! Hast du nicht gemacht! Hast du nicht gemacht? Hast du nicht gemacht? Hast du nicht gemacht? Ich hab keine Haare mehr! Willst du mich im Arsch? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du hast mich geschminkt! Wow! Wow! Wie weißt du das? Ich schicke, ne? Ich schicke jetzt nochmal! Das sieht richtig klasse aus, bitte! Musst du gucken, ne? Mach ich mal ab! Versuch mal abzumachen! Oh ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Pass auf! Halt's Mauna! Das schlingt! Ey, Digga! Ey, Junge! Das ist der heftigste Prank jetzt ohne Witz! Wir schlack sind tief! Ich sehe wieder was Schwarz! Da sind die Augenbrauen! Boah! Auf jeden Fall, Leute! Gibt einen Daumen hoch für den geilen Prank! Und ja! Ihr könnt uns immer Ideen schicken, wenn ihr wollt! Auf Instagram! Per Privatnachricht! Hier macht fit! Ey, du Schlampe! Ihr könnt uns immer Ideen schicken, wie ihr wollt! Und natürlich folgen! Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Prank! Gibt eine Lache! Maul! Pi! Pi! Pi!